Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ja, immer wieder werde ich von Kundinnen und auch Bloglesern von mir gefragt, warum sie denn ihre Zeit in Blog und Co. investieren sollten. Schließlich kann man doch über Social Media zum Beispiel viel schneller Feedback oder Rückmeldung zu den eigenen Inhalten bekommen. Und ja, das mag wohl durchaus so sein, aber es gibt ganz, ganz viele Gründe, seine Zeit in Blog und Co., also in suchmaschinenrelevanten Content, in langlebigen Content zu investieren. Und welche das genau sind, warum das so sinnvoll ist, das zu machen und warum aus meiner Sicht Blog und Co. wichtiger sind denn je, das erfährst du in dieser Episode. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu Alles im Griff im Online-Marketing. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich sehr, dass du reinhörst. In diesem Podcast erfährst du, wie du Ordnung in dein Marketing-Chaos bringen, deine vorhandenen Marketing-Kanäle besser miteinander verknüpfen und durch mehr Struktur und Leichtigkeit in deinem Business deinen Außenauftritt stärken und mit weniger Aufwand mehr Wunschkunden gewinnen kannst. Außerdem bekommst du Tipps und Informationen zu hilfreichen Tools für dein Online-Business und Mindset-Tipps für mehr Leichtigkeit rund um dein Marketing. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ja, herzlich willkommen zurück zu dieser Episode. Schön, dass du wieder reinhörst. Ich freue mich sehr darüber. Zunächst einmal möchte ich bei der Frage, warum du deine Zeit in Blog und Co. investieren solltest, mal auf die Frage eingehen, ja, was da wirklich der Hintergrund ist. Aus meiner Sicht sind Blogs und Co. jetzt wichtiger denn je. Denn Blogs sind nicht nur eine Plattform, um irgendwelche Gedanken zu teilen, sondern sie haben tatsächlich die Macht, Vertrauen aufzubauen. Das ist beim Blog so, das ist beim Podcast so und das ist aus meiner Sicht auch beim Video so. Das sind alles Formate, über die man nicht so schnell hinwegscrollen kann, sondern wo der Leser, der Zuhörer, der Zuschauer sich die Zeit nehmen muss oder darf, tatsächlich einzusteigen, tiefer in ein Thema einzusteigen. Und deswegen sind diese drei Content-Arten, und ich sage jetzt immer stellvertretend Blog, aber ich meine damit eben Blog, Podcast und auch YouTube-Videos, deswegen ist der Blog so, so gut dafür geschaffen, Vertrauen aufzubauen und Expertise zu zeigen und auch eine Wissensdatenbank oder eine Wissensbank rund um deine Marke zu schaffen. Und in einer Welt, in der ja, kann man so sagen, jeder online ist, können Blogs dir helfen, aus der Masse herauszustechen und eben deine eigene, ganz authentische Stimme zu finden. Und das ist auch wichtig, dass du die findest, denn natürlich kommt an der Seite mal ganz oft der Einwurf, ja, aber es wurde schon über alles geschrieben und ja, wie kann ich mich denn überhaupt abheben? Ja, du kannst dich dadurch abheben, dass du deine Stimme oder deiner Stimme Ausdruck verleihst und ganz bei dir bleibst, dass du authentisch bleibst und auch gerne mal eine von der Norm abweichende Meinung in deinem Blog teilst. Ja, laut Studien ist es so, dass ein qualitativ hochwertiger Content durchaus Kaufentscheidungen beeinflussen kann. Ja, also das heißt, stell dir mal vor, deine Leser kommen für deine Inhalte und merken dann, oh, die sind aber wirklich gut, die sind qualitativ hochwertig. Da weiß jemand, wovon er schreibt, wovon er spricht, worüber er spricht und dann vertrauen sie dir irgendwann genug, um auf Kaufen zu klicken. Und das ist ja genau das, was du haben möchtest. Und das kann dir eben ein Blog bieten und zwar nicht nur heute und morgen, wenn der Post oder der Blogartikel gerade online gegangen ist, sondern ganz im Gegenteil für eine theoretisch ewig lange Zeit. Ich kenne ganz viele Blogger oder Content Creator, die einen Blog haben, die jetzt keine 20, 30, 40 durch die Decke gehenden Blogartikel haben, sondern sie haben vielleicht eine Handvoll richtig, richtig gut rankender Blogartikel. Themen, für die sie immer wieder gefunden werden, die Leute kommen auf ihre Website, die Leute schnuppern auf der Website herum und dann kaufen sie etwas, weil sie durch diesen Blog, durch das, was sie gelesen haben, durch das, was sie auf der Website aufnehmen konnten, einfach überzeugt von dieser Person und ihrer Expertise sind. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wie kannst du das schaffen? Ja, also dein erster Schritt in die Welt des nachhaltigen Contents, wie kann der aussehen? Der erste Punkt ist, und da werde ich wahrscheinlich direkt in ein Mini-Wespennest stoßen, schreibe mit Leidenschaft. Und das ist mir am Anfang ganz, ganz schwer gefallen, das gebe ich auch gerne zu. Da war ich sehr perfektionistisch unterwegs und habe dann versucht, mich an irgendwelchen Schemata entlang zu hangeln. Und als ich das so ein bisschen abgelegt habe und einfach geschrieben habe, ist es mir sehr, sehr viel leichter gefallen. Denk dran, dass dein erster Entwurf nicht perfekt sein muss. Wichtig ist, dass du beginnst, dass du Blogartikel veröffentlichst und dass du deine Gedanken fließen lässt. Und Blogartikel oder auch Podcast oder auch Videos, und das sage ich auch gerne immer und immer wieder, das alles hat viel weniger mit Kreativität zu tun, als wir vielleicht manchmal denken. Es hat viel mehr mit Handwerk zu tun. Und das ist etwas, was besser wird und was wir lernen können, je öfter wir es machen. Das heißt, du sollst jetzt nicht am Fließband Blogartikel schreiben, aber versuch mal regelmäßig, Blogartikel zu veröffentlichen. Setz dir eine Mindestzahl an Wörtern, setz dir ein Veröffentlichungsdatum, plan das in deinen Redaktionsplan ein, nimm dir genug Zeit für deine Blogartikel. Du wirst merken, dass du immer und immer schneller wirst irgendwann, aber plane dir am Anfang genug Zeit für deine Blogartikel ein. Und dann fang an zu schreiben und zu veröffentlichen und dein Wort in die Welt hinauszutragen. Und du wirst schon merken, das geht dann mit der Zeit immer leichter von der Hand. Eine weitere tolle Möglichkeit, Spaß an diesem Blogartikel schreiben zu kriegen, ist die Visualisierung. Also du kannst dich super gerne, also du kannst Tools dafür nutzen, deinen Blogartikel zu visualisieren. Ich mache ganz viel mit Mindmaps zum Beispiel. Oder du kannst auch zum Beispiel Unsplash für kostenfreie Bilder benutzen, um eben deinen Text auch mit passenden Bildern aufzulockern. Oder du benutzt eine KI-Bildmaschine. Oder, aber ich persönlich bin in einer Bilder-Membership, also in einer Stock-Foto-Membership, Darling-Stock heißt die, und da bekomme ich regelmäßig zweimal im Monat einen ganzen Satz neuer Stock-Fotos zur Verfügung gestellt. Ich glaube, inzwischen sind es über 4000 Bilder in dieser Membership, auf die man zugreifen kann. Ich verlinke die auch in den Shownotes. Ich bin mega begeistert. Die Bilder hat nicht jeder. Die sind schön, die kann man toll miteinander kombinieren. Und ich liebe es, sie in meine Blogartikel einzufügen. Sie sind alle ein bisschen anders, aber sie passen alle zueinander. Und das macht es mir total leicht. Ja, und der nächste Schritt ist natürlich, dass du dir zu deinem Content natürlich Feedback einholen kannst. Und dass du dann aufgrund dieses Feedbacks auch optimieren kannst. Pass nur ein bisschen auf, von wem du dir Feedback holst. Es ist ganz schwierig, das zum Beispiel Familie und Freunde machen zu lassen, weil sie einfach in der Regel von deinem Thema keine Ahnung haben. Aber wenn du zum Beispiel Business Buddies hast, dann frag sie, ob sie deinen Blogartikel lesen können und dir Rückmeldung dazu geben können. Und ansonsten, ja, vertraue dir einfach ein bisschen und geh raus mit dem, was du zu sagen hast und was deine Expertise ist. Wichtig bei all dem ist natürlich, du musst geduldig sein. Ja, und du musst auf Beständigkeit zielen. Blogartikel sind super, super wertvoll, damit du und auch deine Website gefunden werden können, aber es gibt da keinen Erfolg über Nacht. Und wer das erzählt, der erzählt Mumpitz. Das ist einfach so. Es ist wichtig zu verstehen, dass Content Marketing Marathon und kein Sprint ist. Ja, und es hat auch bei mir Monate gedauert, bis meine eigenen Blogposts regelmäßig gelesen und geteilt wurden. Aber die Investition, die zeitliche Investition, die hat sich total gelohnt. Und solange die Leute über meine Blogartikel auf meine Website kommen, mir positives Feedback zu meinen Blogartikeln geben, ja, mache ich doch eigentlich alles richtig, oder? Das heißt, ich kann dir nur raten, dass du mit deiner einzigartigen Stimme und deiner Geschichte und deiner Expertise unbedingt rausgehen solltest. Das alles ist es wert, geteilt zu werden. Und ich kann nur hoffen, dass du heute anfängst und nicht erst morgen oder übernächste Woche oder dich von irgendetwas abhalten lässt. Und wenn du dir Unterstützung dabei wünschst, weil du einfach weißt, dass du alleine deinen Blog oder deinen Podcast oder auch deinen YouTube-Kanal nicht an den Start kriegst, dann melde dich einfach. Dann machen wir das im Rahmen des Umsetzungscoachings. Ich unterstütze dich dabei, bis du alleine laufen kannst. Und dann, ja, kannst auch du die Welt mit deinem Wort füllen. Und das fände ich doch wirklich, wirklich toll. So, das war es schon wieder mit diesem Quick-Tipp, der mal wieder nicht nur fünf Minuten gedauert hat, sondern zehn Minuten. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Schau unbedingt in die Shownotes. Da findest du noch weiterführende Hinweise. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Lass es dir gut gehen. Deine Silke Schönweger pessoal. Das war real. Bis zum nächsten Mal.